Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Die nächste Fragerunde steht uns wieder mal bevor, doch jetzt geht es erst einmal zur Ernennung des Formel 1 Fans der Woche. Das ist dieses Mal der Kuro. Er hat mir folgendes zukommen lassen. Drei Modellbuliten von Red Bull und Ferrari, zwei Mercedes-Fahnen plus ein Bolide an der Wand, eine... Ist das eine Formel 1 Jacke? Also Sachen gibt's! Und weiterer Mercedes-Merch. Dazu hat er folgenden Text geschickt. Hey Mike, ich bin der Kuro und möchte Formel 1 Fan der Woche werden. Ich war von Anfang an ein begeisterter Mercedes-Fan. Von der Formel 1 hielt ich damals nicht viel, bis ich mein erstes Formel 1 Spiel, in Klammern, welches ich durchgesuchtet habe, bekommen habe. Meine Liebe wuchs dann immer mehr für den Sport. Der Grund, warum ich die Formel 1 liebe, ist die besondere Spannung in den Rennen. Zwar ist jeder Sport spannend, aber die Formel 1 ist was komplett anderes. Man weiß nie, was passiert und jeder Fahrer wird aus Härtester bestraft. Hier siehst du meine Formel 1 Sammlung, in Klammern, ich hoffe, sie gefällt dir. Ja, sie gefällt mir. Danke für die Bilder und wenn du auch mal Formel 1 Fan der Woche bei mir werden möchtest, dann schick mir mindestens drei hochauflösende Bilder von deiner Formel 1 Sammlung auf meinen Discord. Einen kleinen Text als Privatnachricht, warum du Formel 1 Fan bist und was du da für eine Sammlung hast. Link oben in der Videobeschreibung. Fangen wir mal mit der Fragenbeantwortung an. Frage 1 kommt von Ozin. Hashtag fragt Mike, was sagst du dazu, dass Leclerc jetzt die Nummer 1 bei Ferrari ist und wird Vettel ihn schlagen? In Klammern, ich denke schon. Leclerc ist doch gar nicht die neue Nummer 1 bei Ferrari, denn wie du hier sehen kannst, hat Mattia Binotto für die 2020er Saison geplant, keinem Fahrer den Nummer 1 Posten zu geben. Ob Vettel ihn schlagen wird, wird sich zeigen. Ich sage, dass es schwer wird. Er hat 2019 ja knapp gegen den Monegassen verloren. Sie dürfen frei gegeneinander fahren, aber die Teamorder ist nicht ausgeschlossen. Frage 2 kommt von Danuta Schäfer. Hashtag fragt Mike, wie kann der Formel 1 Fahrer bei so einer hohen Geschwindigkeit auf das Schild gucken bzw. lesen? Ich gehe mal davon aus, dass der Fahrer das nach und nach lernt. Die Buchstaben sind ja relativ groß und mit der Zeit gewöhnt man sich daran. Frage 3 kommt von Simon Raschert. Hashtag fragt Mike, meinst du, ob uns ein Team dieses Jahr komplett überrascht und unerwartet gut oder schlecht abschneidet? Ich sehe Racing Point definitiv weiter oben als noch 2019, denn sie haben ja sozusagen den W10 nur in pink und Mercedes war 2019 vor Ferrari. Laut eigener Aussage sieht sich Racing Point 2020 sogar vor Ferrari. Mal abwarten, ob das wirklich passiert. Frage 4 kommt von Max Engeln. Hashtag fragt Mike, was glaubst du, wird diese Saison eher passieren? Erstens, Williams wird wieder so gut wie 2016 oder 2017. Zweitens, Haas oder Racing Point, erstes Podium. Ich sehe Williams wieder weiter oben, aber da ist eine Podiumsplatzierung von Haas oder eher Racing Point noch wahrscheinlicher. Frage 5 kommt von Florian067. Hashtag fragt Mike, müssen eigentlich alle Teams ihr Auto präsentieren oder kann man es auch so machen, dass die Zuschauer das Auto erst bei den Testtagen zu Gesicht bekommen? PS, bester Formel 1 YouTuber. Dankeschön fürs Kompliment, da ist Alfa Romeo das beste Beispiel. Sie haben am letzten Mittwoch ihr Auto unmittelbar vor den Tests gezeigt. Ich gehe mal davon aus, dass sie durchaus ihr Auto zeigen sollen bzw. vorstellen sollen. Frage 6 kommt von Pet Games. Hashtag fragt Mike, wann darf ein Formel 1 Team eigentlich Upgrades am Auto anbringen? Erst ab einem gewissen Rennen oder schon von Anfang an? Die Teams dürfen bereits ab dem ersten Rennen der neuen Saison Upgrades an ihre Boliden anbringen. Frage 7 kommt von Sascha Loll, der F1-Fan. Hashtag fragt Mike, wo würdest du McLaren dieses Jahr in der WM sehen und glaubst du, dass es einen Dreikampf zwischen Mercedes, Ferrari und Red Bull bis zum letzten Saisonrennen gibt? McLaren sehe ich im oberen Mittelfeld und ob es zu einem Dreikampf der drei Top-Teams kommt, müssen wir abwarten. Ich glaube aber nicht wirklich daran, es kann aber auch eine Überraschung werden. Frage 8 kommt von Marc Ewert. Hashtag fragt Mike, glaubst du, dass Sebastian Vettel dieses Jahr noch einen Vertrag bekommt? Und glaubst du, dass Sepp noch mit Ferrari Weltmeister wird oder in einem anderen Team? PS, du machst echt coole Videos. Dankeschön fürs Kompliment. Matthias Binotto hat vor kurzem erwähnt, dass er mit Vettel bereits vor Weihnachten Vertragsgespräche hatte und er ihn bevorzugen würde als andere Fahrer. Ob er noch einmal Weltmeister wird, lässt sich jetzt noch nicht sagen, aber mit Leclerc hat er einen sehr starken Teamkollegen und außerdem muss das Auto noch sehr gut funktionieren. Frage 9 kommt von Philipp Wester. Hashtag fragt Mike, was sind das für Eisengitter, die die Teams bei den Testfahrten an das Auto montiert haben und was haben diese für einen Nutzen? Diese Frage wurde mir mehrfach gestellt. Diese Gitter oder wie sie humorvoll genannt werden, Gartenzäune, sind aerodynamische Rechen mit einer Reihe von Pitot-Rohren, welche Sensoren sind. Diese werden genutzt, um den Luftstrom am bzw. um den Boliden herumzumissen. Die Datenverarbeitung funktioniert heutzutage fast in Echtzeit. Eine Software, die von den Teams entwickelt wurde, sammelt die Rohdaten und entwirft passende Bilder und Grafiken dazu. Diese Rechen können sowohl vorne als auch hinten am Boliden platziert werden. Frage 10 kommt von Vettelgamer SF90. Hashtag fragt Mike. Darf man während der roten Flagge die Reifen tauschen? Man darf ja zum Beispiel den Frontflügel wechseln und kleine Änderungen am Auto machen. Folgende Arbeiten dürfen am Boliden gemacht werden und diese dürfen die Wiederaufnahme des Rennens nicht behindern. Erstens, Starten des Motors und alle damit verbundenen Vorbereitungen. Zweitens, Anbringen oder Entfernen zugelassener Kühl- und Heizgeräte. Drittens, Änderungen an den Luftkanälen um die Vorder- und Hinterradbremse. Viertens, Änderungen an den Kühlerkanälen. Fünftens, Änderungen für den Fahrerkomfort. Sechstens, Wechseln von Rädern und Reifen. Siebtens, Reparatur von echten Unfallschäden. Und achtens, der aerodynamische Aufbau des Frontflügels kann unter Verwendung der vorhandenen Teile angepasst werden. Es dürfen keine Teile hinzugefügt, entfernt oder ersetzt werden. Das alles stammt aus dem sportlichen Reglement Artikel 41.4b. So Community, ihr seid wieder an der Reihe. Bombardiert mich wieder mit Fragen für das nächste FAQ am übernächsten Samstag. Vergesst das Hashtag FragMike nicht und überprüft das Fragendokument in der Videobeschreibung. Das war's mit der Fragerunde für diese Folge. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, liked das Video. Und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren und auf die Glocke nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.